ja hallo und herzlich willkommen Leute wir machen hier heute mal so ein kleines Let's Test auf jeden Fall testen wir heute mal so Paintball 2 ich kenne das Spiel schon von der Schule also immer wenn wir im Computer Kabinett sind ja ich mach das mal kurz ein bisschen leiser immer wenn wir in der Schule im Computer Kabinett sind dann spielen wir das immer eigentlich unerlaubt aber naja ist halt kostenlos download nehmen und naja also ich kenne mich schon ein bisschen aus das hier ist halt das Tutorial mit Gehwürst und eine Granate ab das war jetzt zum Beispiel eine Farbgranate eine Rauchgranate war hier glaube ich auch irgendwo hier schon wieder Farbgranate das hier ist die Rauchgranate aber ich kenne mich auch noch nicht ganz so doll aus hier mit links schießt du und ja hoppala so der Fall zeigt dir halt an du musst so springen rüber zu kommen ja hier musst du halt schnell hoch springen zack und dann drückst du Steuerung dann dann shiftet der hier musst du schnell durch hast den Button gedrückt und nackt komm ich durch schade leider nicht also bis dahin bin ich schon gekommen aber weiter weiß ich nicht ah das verstehe ich nämlich selber nicht ok ich bin durch ach cool ihr könnt es auch wieder aufmachen ich brauche auch nicht so das verstehe ich hier nämlich noch nicht ich komme hier nie weiter also falls ihr ja das Spiel hier so kennt äh schreibt mir mal bitte wie man hier weiterkommt ich weiß es echt nicht gut Embo auf jeden Fall warte mal ich würde gerne mal was ausprobieren ok dann nämlich aber wir spielen jetzt erstmal Multiplayer deswegen gehen wir jetzt auf touchmanmenu play join game und dann suchen wir uns hier mal ein kleines Game raus ähm war mir war so ich würde sagen wir gehen auf Village und dann gehen wir auf Play ich bin hier der Briefbote wie man mal sieht ähm im Spiel und dann fangen wir gleich mal an ich will hoffen dass das hier ganz gut wird ich habe mir jetzt den Timer gestellt für 15 Minuten also wird dieses Spiel auch nur 15 Minuten gehen weiter werde ich hier nicht machen ach die mit ja direkt getötet ähm ja ok das heißt die Lilanen sind unsere Gegner ähm und ach da gibt es sogar noch gelb cool dann haben wir wohl mehrere Gegner so habe ich schon mal einen abgeschlossen wurde ich gerade von meinem eigenen Teampartner erschossen das hört ganz so aus herrlich wieso erschießt er mich denn ich bin noch sein Team das Liga Mongo ach ich war schon im Spiel ach du wirst direkt bis wieder gespawnt ok ja ich habe ihn auch noch Datenkrieger ok scheint deutsch zu sein aber ich habe ihn auch noch erwischt ähm das macht mich dann hepi Mensch wie gut ist der denn bitte schön ah jetzt habe ich den aber gekriegt ja den auch noch den auch noch den auch noch wah ich dachte er ist unten jetzt könnte er mich erwischt Junge also ihr müsst wissen ich bin nicht gut in solchen Spielen yo 20.000 Lacks hab ich den Eisbett getötet ja fieser Zünder ah ich hab den aber noch entdeckt den Monk jawoll ja ich finde es ein bisschen doof dass man direkt wieder gespawnt wird ok nice ok ja ich bin grad voll in Fahrt hier oder auch nicht ach da stand direkt jemand drunter Junge ich bin dein Team Bist du hässig? Junge bist du hässig? ach das Serving ist besser so also ich sneak jetzt einfach mal ganz kurz nein wo kam der denn mit dir her? ist wieder Monkloid nice richtig gespawnt bei mir jawohl sind jetzt das lauft So muss das laufen. Lein! Na! Ist doch nicht dein Ernst hier. Na, jawoll. Oder auch nicht. Okay, ich bin gerade auf den Dächern, wie es aussieht. Okay, ich wollte nur was testen. Nice. Ich war hier oben, das ist gut. Mann! Ah! Ah! Junge! Ja, Datenkrieger. Fick dich! Geil, Gamer! Oh, sorry! Sorry, 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 Team-Partner. Tut mir leid. Ja, ich würde sagen, die Sterne ist einfach hin und werden dann direkt getötet. Finde ich geil. Fand die auch. Emre! Oh! Ja! Bist du was denn gerade? So, da war doch jemand dran. Geil, Gamer, solange mein Fuß stinkt. Sehr, sehr schön, dass mein Fuß stinkt. Ist aber eine Information zu viel. Oh, ne, ist ein blauer. Langsam höre ich trotzdem das Gefühl, dass wir alle gegen alle sind. Oh, wie ich immer denke, das sind Gegners, obwohl es gar keine Gegners sind. Emre! Wir rufen so ein Kind. Leck, leck, leck. Ja, 2002, das ist ja ziemlich schön, dass das ein Jahr war. Möglicherweise. Interesse. Zielt mich aber nicht. So, mein Fuß stinkt. Äh, ich hab dir jetzt deinen Fuß erstmal gewaschen. Wie schon mal gesagt, ich find's schön, dass das so stinkt. Das war weh, dass ich versuchte, mich zu erschliessen, aber das war jetzt einfach mal relax. Okay, ich hab ihn aber auch noch erledigt. Ja, no name, das finde ich sehr schlimm von dir. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Habe ich jetzt Datenkrieger oder mein Fuß stinkt da schon? Schau so, ich weiß es nicht. Okay, ein bisschen blauer. Ist auch blauer. Seid doch alle behindert in eurem Kopf drin. Ja, nein, nein, nein. Datenkrieger. Gut. Dann würde ich sagen, ist das eigentlich auch eine ganz gute Verabschiedung. Ich würde sagen, war es das für diese Runde. Wenn euch dieses kleine Letzt-Test hier gefallen hat, dann würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ich noch mehr machen soll, schreibt es auch in die Kommentare, denn mir macht es hier eigentlich Spaß. Und hier können wir hier auch so eine kleine Serie draus machen. Okay. Ach, diesmal so. Okay. Dann kannst du dich nicht töten, deine Teamkappmann finde ich gut. Ich finde es sogar besser. Na, ich mach das einfach noch. Ja. Ja. Denkst du, dass du mich jetzt kriegst oder was? Das ist so was ich kann, Alter. Ich hab dich noch gesehen. Oh, so. Oh, so. Oh. So, ähm. Da ist ein roter. Da sind gleich zwei. Jawoll. So läuft das. Da oben ist jemand. Na. So finde ich das irgendwie viel besser. So macht es mir Spaß. Wie anstatt du direkt die ganze Zeit sogar von deinen Teammates getötet wirst. Ähm. Mich ist besser. Und hier hört man auch nicht das ganze klicken, weißt du. Von meiner Maus. Das ist irgendwie auch so ein bisschen nervig. Ähm. Achso. Ich dachte ich war schon wieder am Spiel zurück. So. So macht das. Oh. Der Teammates abgelaufen. Und. Cool. Dann würde ich sagen. Ähm. Ich verabschiede mich hiermit dann einmal. Ja. War fänd ich eine coole lustige Runde. Ich hätte jetzt gern sogar noch mehr gespielt. Aber. Ähm. 15 Minuten müssten eigentlich ausreichen für euch, denke ich mal. Ne. Gut. Dann würde ich sagen. War's. Das verabschiede ich mich jetzt. Und wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat. Lass so eine positive Bewertung da. Und wenn ich mehr machen soll. Schreib's doch bitte in die Kommentare. Und ja. Adios. Und ciao.